wir müssen da hochklettern ich kann mich alleine hochklettern jetzt geht das auf einmal wenn jetzt noch ich kann mir die nicht klettern ja da ist eine energiezelle drin ich muss ich muss sie nur irgendwie abkriegen und ich muss wieder so eine störung nichts ich werde mich mal um sehen die energiezelle ist mit einem elektronischen schloss gesichert ich muss das ganze system das sollte nur ein paar minuten dauern hoffentlich bleibt uns noch zeit die haben die Oh, du Scheiße. Maki, wo hast du? Halt die Klappe. Einer von denen ist da drin. Gut, was mache ich denn jetzt bloß? Chip, schalt es ab! Schalt es ab! Was in aller Welt machst du? Doch still! Das ist das Beste! Ja, die Klappe. Und die Klappe. Und die Klappe. Und die Klappe. Die Meinen schenken. Und schon vor Klappe vielleicht. Das Tod ist ein schöner Wissen. Maki, ich hab ne Idee. Da oben ist ein Gerüst. Ich kann's auf den Hund runterfallen lassen. Verdammt! Das funktioniert nicht. Der Mechanismus klemmt. Maki, du musst da hoch und ihn lösen. Und wie soll ich das machen? Wenn du die Beleuchterbrücken ausrichtest, müsstest du hochlettern können. Okay, ja, dann das nicht machen. Warte. Ich mach' nen Scan. Okay. Siehst du diese Schalter? Ja. Die sind für die Beleuchterbrücken. Davon gibt's drei Stück. Und wenn du sie am Gerüst ausrichtest, solltest du rüberkommen. Hauptsache, die Schuhe läuft so lange, bis sie nicht sterben. Genau so. Aber die dritte Leuchterreihe ist noch unten. Du musst alle drei auf eine Höhe bringen. Ja. Ja. Warum folgst du dieses blöde Licht die ganze Zeit? Keine Ahnung. Gehört wohl zum Unterhaltungsprogramm. Kommst du jetzt an den Schalter ran? Du hast es fest geschafft. Gehört, nephew. Okay. Jetzt sind alle ausgerichtet. Du kannst zum Gerüst hochklettern. Du kannst zum Gerüst hochklettern. Ja, schön. Okay. Gehen wir. Wir können ja nicht stören, aber weiter geht's. Wir müssen zuerst über diese Brücke. Gehen wir. Geht schon mal vor hier. Okay. Ich noch nicht. Ein Cloud funktioniert hier. Was ist das? Das ist Cloud. Du meinst Cloud wie Wolken? Naja, sieht ja fast so aus. Ich bin gleich zurück. Wie funktioniert es? Weiß nicht. An manchen Orten funktioniert es und an anderen nicht. Äh, es scheint auf elektromagnetische Felder zu reagieren, die stark genug sind. Wie gesagt, an manchen Orten funktioniert es, an anderen nicht. Ja. Kann ich auch auf? Sorry. Hier ist nur Platz für einen. Monki, ich hab ne Idee. Du kannst diese Kiste benutzen. Ich lass mich kurz gucken, wo sie ist. Wie geht man schon mal? Schaffst du den Sprung? Ja, ich glaub schon. Ja, ich glaub schon. Ja, mach ich. Ich will mich kurz hier rübergefahren nehmen. Okay. Gut, geh mal aus dem Weg. Okay, okay. Ob das klappt. Wie ist egal. Okay, yeah. 확 who ist a Was ist das für ein Zeug? Nur uralte, überholte Technologie. Ja, ich meine den Zement hier. Gehen wir weiter. Genau. Okay, wir müssen da hochklettern. Ich brauche deine Hilfe. Such dir einen anderen Weg. Ich treffe dich dann drüben. Danke, zu freundlich. Dann. Hier. 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 Was war das denn? Magi, bist du da? Ja, aber pass auf, die Brücke ist nicht besonders sicher. Pass auf, woran du dich festhältst. Okay. Wir müssen weiter. Wir können jetzt nicht mehr runter. Komm schon, wirf mich da hoch. Moki! Hör auf zu schreien. Das hilft uns auch nicht. Bleib ruhig, okay? In Ordnung, ich... Ich habe einfach Schiss. Oh, come an uns. Oh, come on. Oh, das stürzt gleich ein. Hau mich hier raus. Schnell, wirf mich da rüber. Morki, bitte trage mich. Morki, hilf mir! Mal, halt so schön war. Oh, das stürzt gleich ein. Hau mich hier raus. Morki, bitte trage mich. Oh, das war entsetzlich. Hoffentlich bricht der Rest nicht auch noch zusammen. Bestimmt. Oh, wir machen noch mal auf der Brücke. Hunder, dann scann mal. Das ist easy. Oh, nein. Wir kriegen Gesellschaft. Ich scann mal. Dieser Mech hat eine Schwäche. Wenn du seinen Kern beschädigst, zerstört er sich selbst. Oh, scheiße. Hm, ich kann die beiden erreichen. Machen wir hier los. Machen wir hier los. Machen wir hier los. Oh, sinnlos. Wirf mich rüber. Wie du wünschst.